Herzlich Willkommen zu einem Webinar des ETHEN Training Centers in Bonn. Mein Name ist Wilhelm Konrad. In diesem Webinar geht es um grundsätzliche Informationen zu programmierbaren Steuerrelais. Wenn Sie hier auch das ETHEN Produkt Easy E4 sehen, gelten die meisten Aussagen zu allen gängigen Steuerrelais. Am Ende des Webinars wissen Sie, wie Steuerrelais aussehen, was zügliche Programmabarbeitung ist, dass alle separaten Funktionsrelais wie Stromstoßschalter, Treppenhorstheimer, astronomische Uhren usw. durch ein Steuerrelais ersetzt werden können, wie man die Anzahl der benötigten Ein- und Ausgänge bestimmt, wie die unterschiedlichen Ein- und Ausgangsarten funktionieren und verdrahtet werden. Darüber hinaus werde ich noch ein paar Tipps zur verteilten Intelligenz bei Automatisierungsprojekten geben. Im Anschluss beantworte ich dann die Fragen, die Sie im Chat gestellt haben. Klären wir zunächst die Frage, was ein Steuerrelais ist. Bei einer programmierbaren Steuerung, einem Steuerrelais, handelt es sich um ein universales elektrisches Schaltgerät, das vor dem Einsatz mit einem Steuerprogramm ausgestattet wird, um die gewünschten Funktionen einer Anlage zu realisieren. Die Funktion der Anlage entsteht nicht durch eine komplexe Verdrahtung der einzelnen Schalter, Funktionsrelais und Verbraucher. Stromstoßschalter, Treppenhaustheimer, astronomische Zeitschaltuhren, Betriebsstundenzähler, Hilfsschütze werden nicht benötigt, da diese Funktionen in einem Steuerrelais bereits integriert sind. Das spart Platz im Verteiler, verringert den Energieverbrauch und damit die Erwärmung, spart Verdrahtungszeit und die Schaltungen lassen sich flexibel ändern. Sogar eine Fernsteuerung der Anlage ist somit möglich. Schalter, in der Automatisierungstechnik Sensoren genannt und Verbraucher, Aktoren genannt, werden im einfachsten Fall ganz simpel mit einer zentralen Steuerung verbunden. Reicht die Anzahl der Ein- und Ausgänge an der Steuerung selbst nicht aus, werden IO-Erweiterungen an der Steuerung angebracht. Daher der Tipp, schauen Sie nach, ob die ausgewählte Steuerung überhaupt erweiterbar ist. Beim Easy E4 sind bis zu 11 IO-Erweiterungen an einem Steuerrelais möglich. Weicherprogrammierbare Steuerungen, kurz SPS oder englisch PLC, Programmable Logic Controller, zu denen auch programmierbare Steuerrelais gehören, sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich. Damit Sie einfach und normgerecht in einen Verteiler eingebaut werden können, sollten Sie die Kontur eines Leitungsschutzschalters besitzen. Dadurch ist sichergestellt, dass nach Einbau und Vertratung die Berührungsschutzabdeckung korrekt angebracht werden kann. Meist sind Steuerrelais mit gleichem Funktionsumfang auch in einer Version ohne Anzeige und Eingabetasten erhältlich. Wird keine Anzeige für den Betrieb Ihrer Anlage benötigt, kann auf die kostengünstigeren Varianten ohne Display und Tasten zurückgegriffen werden. Möchten Sie dennoch zum Beispiel zu Wartungs- und Konfigurationszwecken eine Anzeige nutzen, kann im Bedarfsfall auf den integrierten Webserver zugegriffen oder ein abgesetztes Display verwendet werden. Links die Steuerrelais mit und ohne Display, rechts das Schaltzeichen, das Sie im Schaltplan zur Anlage finden werden. Haben Sie sich die Anordnung der Anschlussklemmen einmal gemerkt, gilt diese in den meisten Fällen für eine ganze Geräteserie. Wie viele Eingänge und Ausgänge muss eine programmierbare Steuerung besitzen? Ganz einfach. Zählen Sie alle Sensoren, digitale und analoge, also Taster, Schalter, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Lichtschranken, Dämmerungsschalter, Endlagenschalter an Türen und Toren, Temperatursensoren und so weiter. Und alle Aktoren, digitale und analoge, also Leuchten, Leuchtmelder, Ventile, Ventilatoren, Motoren, Steuerkontakte von Hilfsaggregaten und so weiter, einer Installation. Und schon haben Sie die notwendige Anzahl von Ein- und Ausgängen ermittelt. Die Erfahrung zeigt, dass Sie ruhig ein paar mehr Ein- und Ausgänge einplanen können, mindestens 10-20%. Hier einige Gründe, warum Ein- und Ausgänge als Reserve berücksichtigt werden sollten. Ein Gebäude, besonders Zweckbauten, unterliegt oft einer ständigen Änderung oder Erweiterung. Wenn Betreiber erst einmal die Vorteile einer programmierbaren Steuerung erkannt haben, werden oft Erweiterungen oder Komfortwünsche angefragt. Zum Beispiel die Kundenfrage, könnte ein Feuchtesensor im Waschkeller auch die Flurbeleuchtung blinken lassen? Ja, kann er, wenn Sie noch einen zusätzlichen Eingang für den Feuchtesensor in Reserve haben. Wollen Sie zunächst auf den Einbau von zusätzlichen Ein- und Ausgängen verzichten, lassen Sie Platz für die möglichen Erweiterungsmodule im Verteiler frei. Für ein Basisgerät oder eine große Erweiterung vier Teilungseinheiten, für eine kleine Erweiterung zwei Teilungseinheiten. Ein- und Ausgänge anschließen Die Sensoren werden mit der Steuerspannung versorgt, die Schaltdrähte an die digitalen Eingänge der Steuerung angeschlossen. Ähnlich werden die Aktoren verdrahtet. Sie werden mit dem Neutralleiter verbunden und die Schaltdrähte mit den Ausgängen der programmierbaren Steuerung. Fertig! Wie Sie schon gelernt haben, entsteht die gewünschte Funktion der Anlage durch das Steuerprogramm und kann jederzeit verändert werden. Es ist keine Änderung der Vertratung oder gar der Einbau eines anderen Schaltgerätes, z.B. ein Funktionsrelais notwendig, wenn die Funktion eines Anlagenteils geändert werden soll. Für die Realisierung der Schalter werden auch keine speziellen Schaltgeräte verwendet, z.B. wie bei Bussystemen. Sie setzen Material ein, das Sie bereits kennen und am Lager vorhalten. Der Austausch von Sensoren und Aktoren fordert daher keine Spezialisten für die Integration in das bestehende System. Wünscht sich z.B. ein Kunde nach der Installation statt des Stromstoßschalters einen Zeitschalter, ändern Sie einfach das Programm. Kann man Sensoren, Eingangskontakte parallel schalten, um Eingänge zu sparen? Ja, das ist technisch machbar. Den möglichen Nachteil möchte ich an einem kleinen Beispiel erläutern. Nehmen Sie an, die Beleuchtung eines Flurs kann von drei Bedienststellen über einen Zeitschalter eingeschaltet werden. Bei der konventionellen Verschaltung dieser Funktion werden die drei Tasten einfach parallel geschaltet. Jetzt möchte der Gebäudeeigentümer, dass der Lichttaster neben der Haustür die Außenbeleuchtung mit einschaltet. Wenn Sie in diesem Fall die drei Lichttaster parallel geschaltet haben, können Sie den Wunsch des Kunden nicht erfüllen. Die Steuerung bekommt immer ein Einsignal, egal welche Taste betätigt wurde. Eine Unterscheidung der Tasten ist nur dann möglich, wenn jede einzelne durch einen Eingang ausgewertet wird. Dieses Beispiel ist exemplarisch und sehr einfach gehalten. Denken Sie über andere Aufgabenstellungen nach. Zum Beispiel alle Fensterkontakte eines Gebäudes einer Etage werden in Reihe geschaltet. Kann man Relaisausgänge einer Steuerung parallel schalten, um höhere Ströme schalten zu können? Nein, ich rate davon ab. Bei den Ausgangskontakten eines Steuerrelais handelt es sich um die Kontakte von Kleinrelais, die auf der Platine der Steuerung verlötet sind. Diese elektromechanischen Bauteile werden selbst bei exakt gleichzeitiger Ansteuerung durch die CPU winzige Abweichungen in Anzugszeiten aufweisen. Das führt dazu, dass der schnellere Kontakt den Einschaltstrom, wenn auch nur für kurze Zeit, alleine tragen muss und sich dadurch seine Lebensdauer verkürzt. Es versteht sich von selbst, dass drei Ausgangskontakte auch nicht zum Einschalten eines Drehstrommotors verwendet werden sollten. Die beiden schnellsten Kontakte würden dann den zweiphasigen Anlaufstrom schalten. Ermitteln Sie bei der Projektierung die Stromaufnahme der angeschlossenen Aktoren. Nimmt ein Aktor einen stark induktiven oder kapazitiven Strom auf, verwenden Sie Koppelrelais, Installationsrelais oder Schütze an den Ausgängen. Für die Steuerrelais zulässigen Schaltströme liegen in der Regel zwischen 5 und 8 Ampere. Sie sollten die Datenblätter von Steuerung und Erweiterungsmodulen grundsätzlich bei der Projektierung zurate ziehen. Wenn Sie eine Steckdose zum Beispiel auf der Terrasse im Bügelzimmer in der Garage schalten wollen, wissen Sie nicht, was der Anwender dort später einmal anschließt. Hier ist immer die Verwendung eines Installationsrelais ratsam. Welche unterschiedlichen Ausgangsschaltungen gibt es bei Steuerrelais? Dieses Seminar behandelt ausschließlich digitale Ein- und Ausgänge. Digitale Signale stellen nur zwei Zustände dar, ein oder aus. Andere Zustände an den Eingängen sind ungültig und können zu nicht eindeutigen Schaltzuständen des Programms führen. Je nach Betriebsspannungsvariante des Steuerrelais besitzen ITEN-Steuerrelais und IO-Erweiterung zwei unterschiedliche Ausgangsschaltungen. 1. Ein potenzialfreier Relaiskontakt bei den Gerätevarianten für 230V AC und 12V DC, 24V DC und 24V AC. 2. Halbleiter, PNP-Transistoren mit offenem Kollektor, wobei der Plus geschaltet wird. Diese Ausgangsvariante kommt nur bei den Geräten für 24V DC vor. Potenzialfrei bedeutet, dass keiner der beiden Ausgangskontaktanschlüsse einen Bezug zur Betriebsspannung oder zum Nullleiter hat. Daher kann mit den Relaisausgängen nahezu jede Spannungs- und Stromart geschaltet werden. Die Ausgangsrelais schalten nicht geräuschfrei, unterliegen einem elektrischen, lastabhängigen und mechanischen Verschleiß. Die Halbleiterausgänge eines Steuerrelais sind nicht potenzialfrei. Die Halbleiter werden von 24V DC, das kann, muss aber nicht die Betriebsspannung des Gerätes sein, versorgt und schalten diese Spannung auf den Ausgang. Die Aktoren, Meldeleuchten, Koppelrelais, Schütze, Magnetventile werden am Ausgang und am Nullleiter bzw. der Masse angeschlossen. Halbleiterausgänge schalten lautlos, schneller als Relais und unterliegen keinem elektrischen oder mechanischen Verschleiß. Entsprechend der Funktionsweise ist das Ausgangssignal nicht potenzialfrei. Ein Tipp am Rande. Die Transistorausgänge des Easy E4 können je 500 mA schalten. Schauen Sie bei der Projektierung mit anderen Steuerrelais in die jeweiligen technischen Daten. Wie wähle ich die Betriebsspannung eines Steuerrelais aus? Steuerrelais sind meist für verschiedene Betriebsspannungen erhältlich. 230 Volt AC Geräte Sicher leuchtet Ihnen ein, dass die Eingänge mit einem Eingangssignal in Höhe der Betriebsspannung arbeiten. Ein Steuerrelais mit einer Betriebsspannung von 230 Volt AC reagiert sinnvollerweise an den Eingängen auf Eingangsspannungen von 230 Volt AC. Der Neutralleiter stellt dabei das Bezugspotenzial dar. Die Phase, die das Steuerrelais oder das Erweiterungsmodul versorgt, wird meist auch zum Ansteuern der Eingänge verwendet. Die Easy E4 Geräte können zum Teil mit unterschiedlichen Phasen versorgt und an den Eingängen beschaltet werden. Da hier keine völlige Wahlfreiheit besteht, müssen Sie die Möglichkeiten im Systemhandbuch nachschlagen. 230 Volt AC versorgte Steuerungen werden in Gebäuden und Kleinmaschinen verwendet. Der Vorteil, für diese Steuerrelais sind keine Netzteile erforderlich. Für andere Einsatzgebiete werden Steuerrelais mit anderen Betriebsspannungen angeboten. Geräte für 24 Volt DC In industriellen Anlagen und Maschinen wird in der Regel mit 24 Volt DC Schutzkleinspannung gearbeitet. Deshalb bieten Hersteller auch Schütze, Magnetventile und Meldeleuchten für Betriebsspannungen von 24 Volt DC an. Einen anderen Anwendungsbereich stellen Fahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und Steuerungen für die Gebäudeleittechnik dar. Hier werden Betriebsspannungen von 12 und 24 Volt DC oder 24 Volt AC verwendet. Benötigt man für eine industrielle Lösung statt Transistorausgängen potenzialfreie Ausgangskontakte, verwendet man diese UC-Steuerrelais. UC steht für Universal Current. Diese Geräte arbeiten auch mit 24 Volt DC, die Ausgänge sind aber als Relaiskontakte ausgeführt. Wozu benötigt man Ein- und Ausgangserweiterung? Steuerrelais, also die Geräte, die das Programm enthalten, sind in einigen Varianten verfügbar, was die Ausstattung mit Ein- und Ausgängen angeht. Geräte mit wenigen Ein- und Ausgängen sind preisgünstig, wenn sie nur eine kleine Aufgabenstellung lösen möchten. Der Vorteil, es müssen keine Ein- und Ausgänge bezahlt werden, die später ohnehin ungenutzt bleiben. Steuerrelais, die viele Ein- und Ausgänge mitbringen, sind teurer. Mit ihnen lassen sich dafür komplexere Aufgaben lösen, ohne den Zukauf von Ein- und Ausgangsmodulen. Oft nimmt man dabei in Kauf, dass IOs, also Inputs und Outputs, bei kleinen Aufgabenstellungen ungenutzt bleiben. Warum besitzen Steuerrelais meist mehr Eingänge als Ausgänge? Die Praxis zeigt, dass stets mehr Eingänge als Ausgänge benötigt werden. Das heißt, es werden mehr Zustände von Sensoren abgefragt als Aktoren gesteuert. Daher sind die Basisgeräte der Easy E4-Serie immer mit 8 Eingängen und 4 Ausgängen ausgestattet. Klein genug, um kleine Anwendungen kostengünstig aufzubauen. Erweiterbar, damit mittlere und größere Anwendungen mittels I-O-Erweiterungen ebenso realisiert werden können. Klar, dass es keine Regel ohne Ausnahme gibt. Ein Tipp, prüfen Sie bei der Projektierung einer Steuerung, ob und wie viele I-O-Erweiterungen am gewählten Gerätetyp möglich sind. Für komplexe Installationen können mehrere Steuerungen eingesetzt werden. Diese arbeiten dann unabhängig voneinander. Die Strategie der verteilten Intelligenz hat einige Vorteile. Erhöhte Ausfallsicherheit. Die einzelnen Steuerprogramme sind weniger komplex, also einfacher zu erstellen und zu pflegen. Leitungswege von Sensoren und zu Aktoren werden kürzer, zum Beispiel bei der Verwendung einer Steuerung je Etage. Die Anzahl der in eine Verteilung einzuführenden Leitungen verringert sich. Durch Vernetzung der einzelnen Steuerungen kann zentral auf die gesamte Anlage zugegriffen werden. Die Einzelsteuerungen können untereinander Daten austauschen. Welche herkömmlichen Schaltgeräte kann man durch ein Steuerrelais ersetzen oder einsparen? Das Automatisierungsprogramm besteht aus Verknüpfungen und Funktionen. Ein einfacher Ausdruck, um eine Parallelschaltung zu erzeugen, ist die Oder-Verknüpfung von zwei Eingängen. Ein Automatisierungssystem stellt auch Funktionen wie zum Beispiel Zeitrelais bereit. Das bedeutet, dass das Zeitrelais von der CPU im Steuerrelais nachgebildet wird und nicht mehr physisch im Verteiler eingebaut und vertratet werden muss. So spart man Platz, Materialkosten, Vertratungszeit und Energie. Nebenbei wird weniger Abwärme erzeugt. Wenn Sie nun noch intelligente Steuerprogramme entwickeln, ergeben sich noch mehr Energieeinsparpotenziale. Die CPU kann noch viele weitere Funktionsrelais nachbilden. Stromstoßrelais, Wochenzeitschaltuhren, Jahreszeitschaltuhren, Astronomische Zeitschaltuhren, Betriebsstundenzähler, PID-Regler, um nur einige zu nennen. Alle diese Einzelgeräte müssen nicht mehr in den Verteiler eingebaut und vertratet werden. Hier sehen Sie zwei kleine Beispiele. Beispiel 1 Die Schaufensterbeleuchtung eines Ladengeschäfts soll zu den Öffnungszeiten eingeschaltet sein. Auf der linken Seite können Sie sehen, wie diese Funktion mit einer Wochenzeitschaltuhr realisiert wird. Beispiel 2 Eine Weihnachtsbeleuchtung soll vom 15. November bis 6. Januar montags bis freitags und jeweils von 9 bis 22 Uhr eingeschaltet sein. Auf der rechten Seite sehen Sie die programmentechnische Lösung für diese Aufgabenstellung. Verwenden Sie die Jahreszeitschaltuhr, um die Weihnachtszeit zu definieren. Die Wochenzeitschaltuhr wird für die Festlegung der Wochentage und die Tageseinschaltzeiten verwendet. Die Reihenschaltung beider Funktionen ergibt die Einschaltzeiten für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Abarbeitung des Automatisierungsprogramms in der Steuerung Die Mehrheit der programmierbaren Steuerungen arbeitet züglich. Züglich bedeutet, dass das Automatisierungsprogramm immer und immer wieder von Anfang bis Ende abgearbeitet wird. Dieser Vorgang wiederholt sich, solange sich das Steuerrelais in der Betriebsart RAN befindet. Im Stopp-Zustand werden alle Ausgänge abgeschaltet. Die Zyklusdauer, also die Zeit, die es braucht, um das Programm einmal abzuarbeiten, ist von der Anzahl der Anweisungen im Automatisierungsprogramm abhängig. Typische Zykluszeiten reichen bei Steuerrelais von wenigen zweistelligen Millisekundenzeiten bis zu mehreren hundert Millisekunden. Das Easy E4 lässt Zykluszeiten bis maximal 1000 Millisekunden zu. Dauert die Abarbeitung Ihres Programms länger, wird das System angehalten. Es geht in die Betriebsart Stopp und die Ausgänge werden abgeschaltet. Eine zu große Zyklusdauer kann zwei wesentliche Ursachen haben. Sie arbeiten in Ihrem Programm mit fehlerhaft ausgeführten Sprüngen oder Schleifenanweisungen. Dadurch wird das Programmende nie erreicht und läuft in einer Endlosschleife. Oder das Automatisierungsprogramm ist zu umfangreich und kann innerhalb der 1000 Millisekunden nicht abgearbeitet werden. In diesem Fall müssen Sie prüfen, ob das gewählte Gerät für die Anwendung geeignet ist. Eine leistungsfähigere Steuerung ist die Lösung. Zum Beispiel eine ETHEN XC300. Tipp Prüfen Sie, ob Sie Ihr Programm noch optimieren können. Leistungsfähige SPSen arbeiten im Mikrosekundenbereich, kosten aber ein Vielfaches eines Steuerrelais. In unseren Live-Seminaren taucht oft folgende Frage auf. Was passiert, wenn sich während der Bearbeitung des Schaltplans der Zustand eines Eingangs ändert? Nichts. Bevor der Schaltplan im Steuerrelais abgearbeitet wird, das ist die Phase 2, wurde in Phase 1 ein Schnappschuss von den Zuständen der Eingänge gemacht. Diese Zustände werden im aktuellen Zyklus verwendet. Das heißt, dass der geänderte Zustand eines Eingangs frühestens im nächsten Zyklus berücksichtigt wird. Also ein paar Millisekunden später. Auf den nächsten beiden Folien möchte ich Ihnen einige Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. Einfache Verwendungen wie die Stromstoßschaltung oder den Treppenhaustimer habe ich Ihnen in den Beispielen bereits vorgestellt. Mit den Jahres- und Wochenzeitschaltuhren können Sie Abläufe automatisiert ausführen. In Gastronomie und Handel werden transparente Gastraumbeleuchtungen und die Außenbeleuchtung nach Öffnungszeiten und Helligkeit, zum Beispiel mit der astronomischen Zeitschaltuhr, automatisch gesteuert. Vorbei die Zeiten, zu denen Gastwirte und Einzelhändler Reiheneinbauschalter manuell in großer Anzahl bedienen mussten, wenn Ihr Geschäft öffnete oder schloss. Markisen und Rollos werden automatisch entsprechend der Sonneneinstrahlung aus- oder eingefahren. Ein Windgeschwindigkeitssensor verhindert, dass die Markise fortgeweht wird. Mit Steuerrelais kann Anwesenheit simuliert werden, sogar mit Zufallszeiten. Temperaturwerte von Kühlhäusern können gemessen, angezeigt und auf SD-Karten aufgezeichnet werden. Sie möchten eine E-Mail erhalten, wenn die Temperatur in einem der Kühlhäuser überschritten wird? Kein Problem. Steuerrelais können auch E-Mails versenden, wenn sie über einen Router mit dem Internet verbunden sind. Steuerrelais werden weltweit millionenfach eingesetzt, weil Ihre Anwendungsmöglichkeiten vielfältig sind und Ihre Programmierung leicht zu erlernen ist. Der Maschinenbau verwendet programmierbare Steuerungen schon seit Jahrzehnten. Ich erspare Ihnen das weitere Vorlesen der Einsatzmöglichkeiten. Im Anschluss an das Webinar erhalten Sie eine Möglichkeit zum Download dieser Präsentation. Außerdem bin ich überzeugt, dass viele von Ihnen bereits über aktuelle Projekte und die Einsetzbarkeit eines Steuerrelais nachdenken. In der Kürze der Zeit lassen sich bei weitem nicht alle Möglichkeiten eines Steuerrelais aufzählen. Weil die Funktion der Steuerung nur durch Ihr Automatisierungsprogramm erzeugt wird, sind beliebig viele kreative Kombinationsmöglichkeiten von Verknüpfungen mit einem programmierbaren Steuerrelais möglich. Denken Sie daran, dass Sie Sensoren und Aktoren einzeln an der Steuerung anschließen. Dadurch erhalten Sie die volle Flexibilität. Seien Sie kreativ und bieten Sie Ihren Kunden echten Komfort durch raffinierte Automatisierungslösungen. Ich garantiere, Sie werden Spaß daran finden. Wir sind am Ende dieses kurzen Webinars angekommen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung zum Thema Steuerrelais. Mir bleibt noch, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Herzliche Grüße aus Bonn und bis dann im Training Center.